Hallo, Servus, Anna Quanah hier und heute möchte ich euch ein wenig aufklären über das, was wichtig ist, was unser Essen und Trinken und weiter und sofort angeht. Als erstes möchte ich euch meine Erfahrungen mitteilen und auch von ganz vielen anderen die Erfahrungen. Es geht um Vitamin D, unser Sonnenvitamin. Wir haben in Deutschland, in unserem Bereich Europa einen Vitamin D-Mangel. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Afrika ganz viele Krankheiten, Kreislauf, Knochen, Osteoporose und so weiter, gar nicht existieren. Das liegt daran, dass die einen sehr, sehr hohen Vitamin D-Speicher haben. Ein optimaler Speicher ist zwischen 60 und 90 Nanogramm. In Deutschland wird aber erzählt, dass ein Spiegel von 40 bis 50 maximal gesund ist. Die meisten Deutschen haben diesen Spiegel überhaupt nicht. Wenn ihr gerne darüber euch informieren wollt, dann geht einfach mal zum Arzt und lasst einen Vitamin D-Spiegel machen. Die meisten Deutschen haben oder auch alle, die in Deutschland leben, haben meistens einen Spiegel von maximal 25 Nanogramm. Das ist ein Vitamin, das ist lebensnotwendig. Vitamin D ist dafür verantwortlich, dass Zellen sich regenerieren, Zellen sich reparieren. Es ist schwer, vom Arzt etwas zu bekommen. Nur wenn du alt bist, dann verschreiben sie das. Und selbst das ist falsch, meiner Meinung nach. Die verschreiben Globulis, 20.000 Einheiten. Der Körper kann das aber gar nicht wirklich aufnehmen, ohne zusätzliche Mittelchen, die das Vitamin D verstoffwechseln. Im Internet gibt es Vitamin D-3-Öl. Einen Tropfen, 1000 Einheiten. Ich habe durch meine Erfahrung jetzt auch wieder aktiv, seit zwei Wochen. Habe ich wieder dem Robert Franz sein Vitamin D, das habe ich gesponsert bekommen. Möchte ich auch einen herzlichen Dank an meinen Kollegen Dirk ausrichten. Der hat mir alle Präparate wieder besorgt. Ich nehme sie jetzt und ich kann heute verkünden, dass es mir wieder, was meine Schmerzen angeht, besser geht. Ich werde nicht mehr auf meine Krankheit jetzt großartig eingehen. Ich möchte nur sagen, dass wenn ich diese Vitamine nehme, es schon eine deutliche Schmerzreduktion gibt. Die Blockaden sind spürbar, das ist selbstverständlich. Ich habe gemerkt, die letzten vier Tage habe ich sehr viel geschlafen. Bis zu 16 Stunden am Stück. War vielleicht dann wieder vier Stunden wach und habe dann wieder 16 Stunden geschlafen. Und das ist, seit ich die Präparate nehme. Heute ist ein Tag, an dem es mir, also jetzt ist es nachts, die Energie, mein Körper ist komplett in der Regenerationsphase. Ich merke das total. Und das liegt hauptsächlich am Vitamin D in Verbindung mit K2. Vitamin K2 ist nicht zu verwechseln mit K1. K1 ist für die Blutgerinnung. K2 ist, dass unsere Arterien sauber bleiben. Das ist schon mal das Erste. Dass Plug nicht sich in den Zellwänden niederlässt. Es gibt aber zwei unterschiedliche Arten von Plug. Einmal die Plug, die entsteht durch Zellen, die entzündet waren und da Reste übrig lassen. Den gibt es nämlich auch nach den neuesten Studien. Und es gibt einmal die Plug, die vom Calcium ausgelöst wird, die nicht abgebaut wird und dann sich in den Wänden niederlässt, weil sie nicht in die Knochen transportiert wurden. K2 sorgt dafür, dass auch Calcium dann in die Knochen eingelagert wird. Und ja, Vitamin D3, K2 und Magnesium. Sehr wichtige Kombination dieser drei Arten. Wer seinen Speicher füllen möchte, das ist meine Erfahrung. Ich hatte einen Spiegel von 40.000, als ich meinen Bluttest gemacht habe, weil ich auch schon vorher gut Vitamin D in Tabletten form. Das war eher nicht so die gute Art. Ich habe es jetzt in Öl und habe den Spiegel messen lassen gestern, am Freitag. Und die Ergebnisse, also am Donnerstag habe ich Blut abnehmen lassen, am Freitag habe ich die Ergebnisse bekommen. Und habe jetzt einen Spiegel von 86 Nanogramm. Ich bin also im perfekten Bereich. Und wie habe ich es gemacht? Ich habe 40.000 Einheiten Vitamin D3 mit K2, 10 Tropfen und 600 Milligramm Magnesium eine Woche genommen. Jeden Tag. Dazu habe ich OPC genommen. Olipolygumere. Das ist ein sehr starkes Antidoxianz. Das ist eines der stärksten auf unserem Planeten. Also es gibt noch ein paar andere, die sind noch ein bisschen stärker. Die gibt es aber nicht in dieser Form als Ding. Traubenkernextrakt ist immer noch so das Beste. Davon habe ich 5 Kapseln genommen. Und das Weitere nehme ich morgens und abends 5 Gramm L-Aginin. Wenn ich jetzt noch das hätte, dann würde ich auch alle Aminosäuren mal nehmen dazu. Aber das reicht jetzt erstmal. Dann nehme ich alle B-Komplexe. Man muss aufpassen, welche Produkte man kauft. Ich kaufe die von Robert Franz, weil ich weiß, dass da Qualität hinter steckt. Ich habe schon sehr viel verglichen. Und deswegen kann ich sagen, Robert Franz, seine Sachen sind top. Ja, wie gesagt, ich nehme das. Dann nehme ich meinen DMSO. Einen Esslöffel morgens und abends in 350 Milliliter Wasser. Damit auch die ganzen Substanzen im Körper ankommen. Auch in den Zellen. Weil DMSO dafür verantwortlich ist, dass als Trägerstoff. Und somit kommen die Sachen gut an. Ich verzichte gerade auf komplette Kohlenhydrate. Eher Eiweiß. Also alles, was mit Eiweiß zu tun hat, tue ich mir reinpfeifen. Keine Milchprodukte momentan. Weil ich mal meine Lunge auch reinigen möchte. Nach der ganzen Zeit und Milch verklebt unsere Lungenbläschen und so weiter. Und vermehrte Schleimentwicklung. Deswegen auch die Milchprodukte weggelassen. OPC sorgt dafür, dass unser Blut dünn wird. Und auch überall schön die Durchblutung unserer ganzen Gefäße und so weiter antreibt. Und des Weiteren würde ich gerne nehmen, aber habe ich auch nicht. Ich würde gerne Querizitin nehmen. Das ist in unserer Zwiebel drin. In den äußersten Ringen am meisten. Bis zu 480 Milligramm. Ich würde gerne 5 Gramm jeden Tag nehmen. Als Pulver gibt es das. Kostet 40 Euro. Hält ungefähr 6 Monate. Ja, das habe ich jetzt nicht. Und das ist ein sehr großer Krebsschutz. Querizitin in Verbindung mit Kurkumin. Ja, könnt ihr Studien lesen. Beweisen, dass der Krebs stoppt. Und wenn man das DMSO, Kurkumin und Vitamin C und Querizitin zusammen verbindet. Da gibt es Beweise dafür. Ja, da möchte ich auf Dr. Strunz verweisen. Dass der Krebs durch das Querizitin anhält. Ja, und durch das Kurkumin und zerfällt. Also der Krebs zerfällt, weil ihm der Nährboden genommen wird. Und das liegt auch daran, dass wir, wenn wir Krebs haben sollten, kein Zucker mehr zu uns nehmen. Und auch alles, was Zucker produziert oder umgewandelt wird in Zucker, müssen wir vermeiden. Das ist schon mal das Erste. Des Weiteren nehme ich Vitamin C. Ich nehme momentan ungefähr 5 Gramm am Tag. Wenn man merkt, man würde krank werden, kann man bis zu, ja, also es kommt darauf an, was für eine Krankheit. Jetzt eine Krippe zum Beispiel. Kann ich in drei einfachen Schritten am zweiten Tag wieder los sein, indem man ein Liter Zistus-In-Kanus trinkt, ja, als Extrakt. Das heißt, man tut den Zistus-In-Kanus-Tee drei Löffel in den Topf, tut ihn aufkochen, abkühlen, umfüllen. Und dann jeden Tag ein Schnäps, äh, also als Extrakt jetzt, ein Schnäpschen nehmen und dazu eine ganz normale Kanne, ein Liter. Ja, dann nimmt man 10 Gramm Vitamin C in Abständen von 45 Minuten. Und dann kommt natürlich eine ganz normale Suppe und zwar mit viel Zwiebeln und viel Ingwer. Und ich kann euch versprechen, dass die, egal wenn ihr Krippesymptome habt, die ist dann weg. Das ist meine Erfahrung, die habe ich damit gemacht. Jedes Mal, wenn irgendjemand krank war in meiner Umgebung und ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt es bei mir, habe ich mir die Suppe gemacht mit dem Ingwer, habe mir 10 Gramm Vitamin C jeden Tag den Zistus-Kanus-I-Tee getrunken und ich wurde, ja, ich hatte nichts. Ich wurde nicht krank. Da habe ich auch viel meiner Freunden schon gegeben und alle sind begeistert davon, mit dieser Art von Rezept, das ich da habe. Und wenn ihr Vitamin C nehmen solltet, dann bitte natürliches Vitamin C und nicht dieses chemische, weil das ist kein vollkommenes Vitamin C. Da fehlen die ganzen anderen Stoffe, Bioflavinole und so weiter und so fort. Ja, keine Ascobinsäure. Also, wenn dann ein natürliches Vitamin C und da empfehle ich die Acerola-Kirsche. Ist ein wenig teurer, kommt darauf an, wo man es bekommt. Und in Pulverform muss man schon mal so drei, vier, fünf Gläser am Tag trinken davon. Trinken ist gut, macht es in Wasser, alles super. Ja, das sind so meine Erfahrungen. Zum L-Arginin möchte ich sagen. L-Arginin weitet die Arterien. Hat einen Nobelpreis bekommen damals. Ist auch gut für Männer, die erektile Dysfunktion haben. Und Probleme halt mit der Libido. Kann ich sehr empfehlen. Ich kann aber auch empfehlen, wenn jemand Probleme hat mit der Potenz oder mit Lungenerkrankungen der Lunge, empfehle ich Corticeps. Wird in China benutzt. Das ist ein Pilz. Bis zu fünf Kapseln. Bis zu, also bis zu fünf oder sieben Kapseln. Bei Lungenerkrankungen sogar zehn Kapseln. Und das muss man dann über drei, vier Monate einnehmen. Und die Lunge ist frei. Und bei der Dysfunktion reicht ungefähr zwei Monate. Das sind 180 Kapseln. Und eure Männlichkeit ist wieder da. Da gibt es alles Studien dazu. Gibt es alles Beweise dafür. Es ist keine, wie ich immer im Internet lese, Scharlatanerei mit Mittelchen verkaufen. Eben nicht. Da gibt es verschiedene Ansichten. Aber ich bin davon 100% überzeugt. Ich merke es an mir selber. Ich nehme mir mein Arginin. Ich merke, wie meine Luft sich verbessert. Das Atmen. Mein Puls ist normal. Schön reguliert. Das Vitamin D3 wirkt. Mein Körper hat sich jetzt komplett entgiftet. Das muss ich auch mal sagen. Also, durch das viele Schlafen. Und ganz ehrlich, mein Darm wurde gut entleert. Hört sich jetzt ein bisschen anders an. Aber es ist so. Es ist Fakt. Mein Körper macht eine komplette Reinigung durch. Und dieses Spülen, sage ich mal, von diesen ganzen Substanzen ist einfach zwingend mal notwendig. Ich würde euch empfehlen, ein ganzes Leben lang, wenn ihr in Deutschland wohnt, Vitamin D3, K2 und Magnesium zu nehmen. Ich kann euch das am besten beweisen. Nehmt einen Depressionenmenschen. Schickt ihn in den Urlaub. Die ersten drei Tage werden hart. Und dann blüht dieser Mensch auf. Gibt es Experimente, die gemacht wurden. Und der stand vollkommen im Leben, weil der Vitamin D3-Speicher komplett gefüllt war. Und dann Serotonin, Melatonin, alles wieder sich reguliert hat und wieder Zellen produziert und so weiter. Da gibt es einfach Beweise für. Ja, Leute, lasst euch nicht von der Industrie verarschen, von der Pharma und sonst irgendwas. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, glaubt mir, nehmt 5 Gramm Arginin. Ja, und die Kopfschmerzen sind innerhalb von 30 Minuten weg. Es gibt natürlich auch schlimmere Kopfschmerzen, die dann vielleicht vor einer Nackenversteifung kommen oder sonst irgendwas. Ja, trotzdem keine Tabletten nehmen, Leute. Das bringt es nicht. Nehmt Arginin, haut durch eine Wärmekissen in den Nacken, legt euch hin. Und die Kopfschmerzen sind irgendwann verschwunden. Das ist einfach Fakt. Das ist so, was ich mal darüber reden wollte. Das ist meine Erfahrungen. Und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, ob das sich noch verbessert, vom Schmerzgrad her. Weil ich bin sehr zufrieden gerade. Das Problem ist, ich kann mir das halt nicht leisten. Also über die, ja, also das hält jetzt ungefähr dreieinhalb Monate, das, was ich jetzt bekommen habe. Und insgesamt würde das kosten, jetzt müsst ihr euch festhalten, diese drei Monate Kur mit den ganzen Präparaten, die ich jetzt gekriegt habe, sind 800 Euro. Okay? Wenn es Qualität ist. Wenn es günstigerer sein soll, ja, dann kommt man auf ungefähr 400, 500 Euro. Ich bin sehr dankbar, Dirk, dass du mir das ermöglicht hast. Und werde das jetzt weiterhin nehmen. Ich bin froh, dass ich es wieder habe. Hau mir jetzt erstmal meinen Vitamin-D-Spiegel nochmal, also ich halte ihn jetzt bei. Wenn man jetzt diese Kur macht mit Vitamin-D-D-3, möchte ich noch hinweisen darauf, dass man das eine Woche durchzieht und danach ganz normal mit 5000 bis 10.000 fortfährt. Zehn Tropfen sind das bei Öl. Ansonsten, das K2 bleibt immer gleich, das sind immer zehn Tropfen. Magnesium auch immer 600 Milligramm. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist meine Erfahrung, die ich hatte, habe. OPC auch sehr wichtig. Ja, Leute, informiert euch, wenn euch eure Gesundheit wichtig ist, ja. Die meisten Leute sagen immer, äh, äh, aber irgendwann ist aus. Irgendwann, äh, erlegt ihr diesen ganzen Giftstoffen, die wir jeden Tag umgeben sind, die in unserer Luft sind und so weiter und so fort, aber ihr könnt etwas tun. Ja, das ist nicht immer alles Geldmacherei. Die Geldmacherei findet in unseren Läden da statt, wenn man, äh, billig Qualität kauft, ja. Im DM-Markt oder wo das auch ist, ja. Ähm, ähm, diese billig Magnesium und billig Vitamin D in Tablettenform, das überhaupt gar keine Berechtigungsexistenz hat, ja. Vitamin D muss in Öl sein, ja. Das ist schon mal das Erste. Es muss mit K2. K2 wird draußen nirgendwo verkauft. Lest euch die Verbindung mit mal durch, dann könnt ihr das alles selbst testen. Und es gibt viele Mannheimer, die ich denen das gezeigt hab, die das aus freiem Willen natürlich nehmen und die sich besser fühlen. Ehrlich, da gibt's Leute, die haben wirklich Schlafmangel. Schlafmangel, Leute, wenn ihr Schlafmangel habt, wo ist es? Wenn ihr Schlafmangel habt, ja. Ist ganz logisch. Jemand, der viel arbeitet, in vielen dunklen Räumen sitzt und wirklich Probleme hat mit dem Schlafen, Leute. Melatonin ist ganz simpel und logisch. Wenn unsere Augen nicht genug Licht bekommen, entwickeln sie nicht genug Serotonin. Haben wir am Abend nicht genug Serotonin, kann der Körper weniger Melatonin herstellen, das Schlafhormon, das wir in uns haben. Und deswegen schlafen wir dann schlecht. Oder gar nicht. Und Melatonin, glaubt mir, ihr nehmt 1-2 Kapseln, abends gibt's im Reformhaus, keine Apotheke hat das. Für Apotheke braucht man ein Rezept, was Schwachsinn ist, viel zu überteuert, 40 Euro. Und das gibt's für 20 Euro. Ja, wie gesagt, 1-2 Kapseln und kein Licht anmachen, ihr müsst den Fernseher auch ausmachen. Und ich wette mit euch, ihr pennt und ihr habt einen richtigen Tiefschlaf. Weil Melatonin sorgt dafür, dass wir einen Tiefschlaf haben. Und das ist auch ein Problem, was ältere Menschen haben und so weiter und so fort. Und das ganz Wichtigste, was ich noch allen mit sagen möchte, ist Wasser. Trinkt morgens, ihr werdet es mir danken. Mache ich jetzt jeden Morgen wieder, wenn ihr Probleme habt mit Stuhlgang morgens oder Verstopfungen, trinkt lauwarmes Wasser, hört sich eklig an, aber zieht es euch einfach rein. Glaubt mir das. So, ich hoffe, diese kleine Schilderung meines Wissens hat euch ein bisschen inspiriert, euch auch selbst mal an die Nase zu fassen. Ich weiß, dass jetzt schon wieder Hate-Kommentare kommen werden. Auf die möchte ich nur sagen, ich werde euch ignorieren, weil es gibt genug Beweise und Wissen, die das alles widerlegen können, was ihr dann wieder für Argumente bringt. Und ich bin auch selbst eigener Patient und selbst eigener Proband, um selbst zu sagen, ob es mir hilft oder nicht. Jeder muss aber selbst entscheiden für sich, ob er es tut. Lest euch durch, bildet euch. Wenn euch wirklich interessiert, glaubt mir, die drei wichtigsten Substanzen sind Vitamin D, K2 und Magnesium. Vitamin D ist unser Lebensbaum, sag ich mal dazu, unser Lebensvitamin. Vitamin C auch wichtig, sau wichtig. Gut, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Montag. Und Anna Conner sagt, guten Tag, gute Nacht und auf Wiedersehen.